Mich macht meistens glücklich, wenn meine Freunde glücklich sind oder wenn ich meistens gute Noten habe, macht mich sehr glücklich. Wenn ich nicht gelernt habe und trotzdem gute Noten habe, das macht mich sehr glücklich, dass ich jetzt gute Noten habe, obwohl ich nicht so viel gelernt habe. Wenn ich etwas zum Geschlecht bekomme, bin ich glücklich. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Ich bin nicht so traurig. Ich bin traurig, aber ich bin meistens immer glücklich. Ich kann gut Völkerball spielen, habe ich gesehen. Ich kann zum Beispiel in anderen Sachen gut sein. Zum Beispiel im Sport bin ich gut, wenn ich etwas will, wenn ich etwas machen will, dann kann ich es bis zum Ende machen, um nicht zu sagen, zum Beispiel ich kann das nicht schlauend machen. Ich kann alle meine Ziele erreichen, solange ich mich kenne. Ich motiviere mich einfach, mich selbst zu hören und nicht andere zu hören. Also zum Beispiel, wenn andere sagen, du schaffst das nicht und du kannst es nicht schaffen, lass es einfach beginnen, als es so ist. Aber ich höre niemanden zu. Ich höre mich selber und ich schaue, ob ich es selber kann. Also ich will niemanden hören und einfach weiter machen, bis ich die Ziele erreicht habe, die ich erreichen will. Ich höre mich selber. 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 Vielen Dank.